ja moin herzlich willkommen bei poky schön damit ihr wieder da seid schön damit ihr zuschaut bei ein ziemlich schnell kurzes schnelles info-video scs hat gerade über steam eine nachricht rausgebracht es steht bei die 137 kommen und in der 137 wird natürlich in beria drin sein neues karten dlc update und es wird frankreich überarbeitet ja so ein paar städte werden hier überarbeitet ihr seht es hier in steam könnt ihr da mal nachschauen oder bei scs software bei twitter oder instagram könnt ihr da auch nachschauen oder natürlich auch in scs blog könnt ihr da auch nachlesen also einige teile von frankreich wird überarbeitet ihr könnt natürlich auf der german fans.blogspot.com drauf gehen und da man nachschaut hier sind etr 2 nachbearbeiter französische städte also die wollen ton und gravi verbessern die wollen schilder verbessern die wollen die französischen städte in 137 überarbeiten metz reims straßburg und dijon neuen anstrich sollen die bekommen also das ist schon mal mit drin wann die 137 jetzt groß kommt weiß ich natürlich noch nicht aber wie gesagt ich wollte nur mal schnell diese info raushauen ich wollte euch ja nicht den regen stehen lassen natürlich würde ich mich ein däumchen freuen oder für einen kommentar unter diesem video und ich werde natürlich diese zwei seiten die scs software die natürlich fast jeder kennt den blog werde ich unter meinem video verlinken und die deutsche seite wo ihr das alles in deutsch nachlesen könnt verlinkt euch auch noch mal unter meinem video ich hoffe dieses video hat euch gefallen bis zum nächsten mal bye bye